Hallo liebe Zuschauer, drei Neuheiten, drei Spiele aus dem Hause Steffen Spiele. Alle drei stelle ich euch separat vor und dann gibt es auch noch ein gemeinsames Gameplay-Video. In diesem Video geht es um das Spiel Volterra. Wieder so ein kleines handliches Spiel aus dem Hause Steffen Spiele, wobei es gibt auch größere Kaliber und viele Videos davon habe ich schon veröffentlicht und die Nachfrage ist groß, ihr freut euch immer über solche Spiele, gerade durchaus abstrakt, aber auch wenn sie für zwei Personen sind. Wie in diesem Fall Volterra, wer baut den höchsten Turm von Julien Griffon, erschienen bei Steffen Spiele, ein taktisches Bauspiel für zwei Personen ab acht Jahren. Da dürft ihr euch auf die Gameplay-Sequenz freuen, weil der Lias ist großer Schachfan. Wobei die Alina hat auch schon ein bisschen angefangen und hier seht ihr ja quasi schon so ein Schachfeld-Muster. So wird das Ganze jetzt aufgebaut. Ganz wichtiger Hinweis, es handelt sich quasi um eine Art Vorab-Exemplar. Das Spiel ist jetzt aber normalerweise, je nachdem wann ihr das Video schaut, überall im Handel. Also bei der einen oder anderen Ecke und Kante gibt es ein paar, ja in dem Fall ein paar Unebenheiten. Das wollte ich nur erwähnen, falls der eine oder andere jetzt genau auf das Spiel und das Material schaut. Es geht 20 Minuten und es ist durchaus ein Taktik, na eher ein Strategiespiel. Und am Anfang sitzen praktisch die einzelnen Figuren hier drauf. Volterra ist glaube ich so eine Stadt in der Toskana und die ist geprägt von verschiedenen Türmen. Die prägen wohl das Stadtbild hat. Je höher der Turm, desto wohlhabender dann die jeweilige Familie. Und es ist natürlich auch eure Aufgabe hier, eure Figuren zu bewegen und natürlich Türme zu bauen. Es gibt hier zwei Möglichkeiten, zwei Aktionen, die man durchführen muss. Eine beliebige Reihenfolge kann man das nicht, dann hat man quasi auch das Spiel dann verloren. Die erste Aktionsmöglichkeit und die Reihenfolge ist egal. Das heißt, man bewegt eine seiner Spielfiguren auf einen direkt benachbarten Turm der Farbe. Also zum Beispiel jetzt hier hin. Das wäre jetzt die erste Möglichkeit. Ich kann aber auch erst eine andere Option machen, aber ich mache das jetzt einfach mal als erstes. Im Anschluss, ich habe die erste Aktion jetzt gleich gemacht, dann muss ich die zweite Aktion machen. Das heißt, ich schaue hier wieder, welche Plättchen bzw. Türme hier drum herum liegen. Und ich muss einen Turm der eigenen Farbe mit mindestens einer freien Seite wählen. Und diese auf einen direkt benachbarten Turm. Das ist keine eigene. In dem Fall nütze ich gern die fremde oder eine fremde Farbe sein. Und so bilden die jetzt quasi wieder einen Turm. Wichtig, ich darf also auch erst einen Turm bauen und dann die Figur versetzen. Das ist auch nochmal ganz wichtig, weil das ist taktisch durchaus relevant. Spielfiguren dürfen natürlich nicht auf die andere Figur dann ziehen. Das ist auch in etlichen Beispielen der Anleitung angegeben. Ich darf auch nicht so weite Sprünge machen. Also das ist alles nicht erlaubt. Das heißt, ich darf auch nicht den Turm auf meine Figur ziehen. Das ist, glaube ich, selbstredend. Aber so spielt ihr das. Ihr müsst euch nur immer überlegen, ob ihr erst zieht oder ein Plättchen dann jeweils dann stapelt. Ich kann natürlich hier nehmen. Dann stapel ich das hier. Um natürlich dem Mitspieler das ein bisschen schwieriger zu machen. Dann ist der andere Spieler dran. Und so geht das dann immer weiter. Das Spiel ist somit zu Ende. Wenn ein Spieler, ja noch ist ja genug Platz, handlungsunfähig ist. Also keine Aktion mehr durchführen kann. Und übrigens, das Ganze ist ja wie ein Schachfeld aufgebaut. Das ist nur für das Startspiel. Ihr könnt natürlich das Muster beliebig anders aufbauen und habt dadurch natürlich noch mehr Variabilität. Volterra ist jetzt kein Knobelspiel oder Plättchenlegespiel oder ein Schnippspiel. Nein, es ist ein Strategiespiel. Und da steckt dann doch einiges dahinter. Ich habe gesagt, das Material vorab, Exemplar, aber ihr bekommt es jetzt, denke ich, schon im Handel. Insbesondere bei Steffen Spiele beispielsweise können ihr das Spiel bestellen. Da könnt ihr mal reinschauen. Aber ein gutes taktisches, schnelles Zwei-Personen-Spiel. Was ich am Anfang total unterschätzt habe, weil ich einfach gedacht habe, oh, Türmchen bauen, klar, passt. Dann habe ich die erste Partie gewonnen. Die kommenden fünf, sechs Partien habe ich dann alle verloren. Viele Grüße an Thomas, der hat nämlich auch schon gespielt. Also da darf man das Ganze nicht so leicht nehmen, weil ein Fehler wird hier schnell bestraft. Das ist ein kleines Feld. Und da muss man natürlich schauen. Dann sorge ich für ausreichend Platz, um viele Plättchen zu haben, mit denen ich Türmen bauen kann. Oder versuche ich konfrontativ gegenüber dem Mitspieler zu sein und dem praktisch den Weg zu verbauen, dass er eingeengt ist. Muss man aber schauen, dass man dann selber nicht eingeengt ist. Und das ist quasi ein Absager, aber durchaus ein Spiel, was wir auch mehrere Runden dann hintereinander spielen. Deswegen störe ich mich immer ein bisschen an dem Begriff Absager, aber das ist so gängig. Ein schnelles Spielchen für zwischendurch. So kann man es natürlich auch bezeichnen, in einer kleinen handlichen Box zu einem guten Preis. Und gerade, wenn man solche mitbringt, Greisespiele oder Zweipersonenspiele mag, mit wenig Regen, aber durchaus knackigen Erlebnissen, dann ist das da sicherlich eine Alternative. Das soll es auch schon zu Volterra gewesen sein. Es gibt da nicht mehr Regeln, Informationen. Ich wollte es euch an dieser Stelle vorstellen. Und im weiteren Video gibt es da nochmal kompakt Gameplay-Sequenzen zu allen drei Spielen. Das war es jetzt zu Volterra. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen. Wer noch kein Abo hat, klickt drauf. Und das Video könnt ihr natürlich auch gerne teilen. Ich sage tschüss, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald. 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 Vielen Dank.